Willkommen zurück zu PUSS! Wir haben in der letzten Folge Jesus gerettet, hier unten in der Gegenwelt. Und heute können wir uns zwischen diesen vier Leuten entscheiden. Und ich würde sagen, wir machen einfach jede Folge der Reihe nach. Bedeutet, wir fangen an mit hier oben links. Beitritt! Außenwelt! Was? Du meinst, wenn ich aus der Tür gehe? Nach draußen gehe? Die Welt? Die Außenwelt? Oh Gott, da will ich nicht sein. Will ich da sein? Ich glaube, da will ich nicht sein. So, und ich habe das schon bemerkt. Man kriegt von jedem Charakter, den man rettet. Oh Gott, das blinkt hier richtig hässlich. Kriegt man eine... Oh, der hat mich gefunden. Kriegt man eine Fähigkeit. Jesus zum Beispiel hat eine richtige OP-Fähigkeit. Du hast nur gesehen, ein zweites... Leben. So gesehen, ein extra Versuch pro... Äh, pro Level. Ich habe uns gerade gesehen, wie es funktioniert. Auch wenn es gerade gelaggt hat. Ich weiß nicht, wieso. Am Anfang jeder Folge wird das Spiel auf jeden Fall laggen. Da seht ihr mal Jesus. So, ihr solltet mal die letzte Folge auf jeden Fall vorbeischauen. Falls ihr sie nicht gesehen habt. Dann wisst ihr, worum es geht. Ich nehme einfach jede Folge in eine random neue Katze. Dasselbe kennen wir schon. Aber ich werde den ersten Try immer von einer Runde drin lassen. Ich denke, das ist dann ziemlich gut. So. Und ich mag die Fähigkeit von Jesus. Sie ist echt richtig gut. Dass man dann einfach so gesehen einen extra Try halt. Also ein weiteres Leben. Übrigens können wir kurz drüber reden, dass man immer mit neuen Leben anfängt. Weil eine Katze hat ja neuen Leben. Ich finde es irgendwie lustig. Sorry, ich musste den Gen ізl. Aua, au. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mietze, Katze. ganz ruhig, keine Puss. Die ja auch sehen, jeden Fall geändert wird. Miau . So, zwei Herzen. Ah, da geht's. Das wäre eine ziemlich kurze Folge, wenn wir einen Boss 4... schaffen würden. Äh, wieso sind hier schon zwei tot? Oder sieht das nur so aus? Oh Gott, das Level kenn ich aber noch nicht Aua Da sind ein paar Space Invaders Okay, das Level gefällt mir nicht Das sieht sehr schwer aus Oh Gott, das sieht wirklich sehr schwer aus Oh Gott Oh Gott, das gefällt mir nicht Äh Hä, was, 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 was? Achso, hier ist safe Nur hier ist safe Oh Gott, oh nein Wow Okay, ich verstehe es Naja, ich verstehe es Scheiße Lass mich runter Lass mich runter Oh mein Gott Okay, ich hab's Ich hab's Puh Als ob das nicht gereicht hat Ein Punkt oder so fehlte Uff, okay Aber ich schlage uns ziemlich gut Wenn wir anfangen So wie das Spiel kennen Ist nämlich normal so immer viel schwerer Und das Level nicht Level, hallo Oh, nicht das Okay Das war gerade einfach nur Epic Fail Tut mir leid dafür Oh Gott Ja gut Ein Leben verloren Ich meine, ich spiele gerade Diese Welt zum ersten Mal Vielleicht soll man auch noch diese Welt Als erstes machen Weil die wirkt mir jetzt bisher Viel einfacher als die Die wir letztes Mal gemacht haben Ja Ähm Spielbruch's Red Laden Äh, gleiche Musik Anderer Art Style Was, wo kann ich denn laufen? Ach, wahrscheinlich beim dunklen, oder? Hier Ja, beim dunklen Ich dachte immer, beim hellen ist man sicher Aber nein, beim dunklen ist es diesmal Radikal-Böse Radikal-Böse Was ist das denn hier? Was? Oh, oh, aua Oh, Gott Was? Ach, hier runter Ah, okay Gut, dass wir es den First Strike geschafft haben Aber ich bin nicht zugetraut Krass Okay Hm Oh Gott, das ist schwer Komm schon Ich weiß nicht, was das macht Aber Ich hab's fertig Scheiße Nein Nicht sofort sterben Das wär kacke Komm schon Geht das Level ist schwer Uhr, 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 Uhr Was? Woran bin ich gestorben? Hä? Ding Ding Was? Wieso? 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 Warum? Why? Ich verstehe es wirklich nicht Es tut mir leid Ich verstehe nicht, woran ich sterbe Oh, wow Vor allem Das Level wirkt so einfach Einfach hier ein bisschen stehen bleiben Dann da gleich rumgehen So, du bist du fertig Was mach ich? Ich sterbe einfach ohne Grund Mit den einfachsten Stellen Achso, die gehen da oben rum Ich versuche mal unter und runter zu huschen Ja, wow Jetzt hab ich mein ganzes Leben verloren Als ob ich den Boss first try schaffe Okay Das wird wahrscheinlich wieder eine 2 Stunden Folge Komm schon, komm schon Ich versuche den nächsten So, er geht jetzt hier recht lang Dann hier hoch Dann hier links Dann hier runter Und dann hast du es geschafft Easy Hä? Was? Was? Das ist einfach nur Bullshit Ja War einfach nur Bullshit Es tut mir leid Ich weiß nicht, warum ich hier 20 Mal gestorben bin Ist einfach nur Bullshit gewesen Äh Drehende Katzen Pixel Shooter Was aber das jetzt wird Ich hoffe, dass ich am Ende ganz viele Punkte draus bekomme Oh Gott, nein Sagt mir nicht Ich muss mich jetzt hier so verstecken in den Dingern Doch muss ich Was? Äh? Was? Okay, so PSG's ist Fähigkeit doch nicht Scheiße Okay, das Level gefällt mir überhaupt nicht Ja und jetzt? Ja und jetzt? Oder soll ich mich da hoch verstecken? Moment Idee Ihr habt ne Idee Hier verstecken Oder wie? Und dann hier lang? Und dann hier lang? Und dann wie verstecken? Und dann hier lang? Hm Leute, die Bricks Die drehen sich Oh, keine gute Idee Keine gute Idee Aber es hat funktioniert Äh Jetzt? Nein Sie werden immer schwerer Das ist mir wirklich zu schwer Und das verstehe ich nicht Wow, das war knapp ama Oben wird das dann aufgemacht Ach er fade Gerade hat es doch funktioniert Wieso geht es ja jetzt auf einmal nicht? Ja, cool. Ja, ich habe auf jeden Fall verloren. Das habe ich niemals für Stry. Aber das hier ist auch echt kacke, dieses Level. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ja. Dann muss ich hier sterben. Guck, jetzt sterbe ich hier nicht. Jetzt muss ich wieder außen rum, ne? Ich glaube. Ich glaube, ich muss das gleiche einfach nochmal machen. Aber das war dumm. Ich habe es falsch gemacht. Fuck, es war falsch rum. So, komm, jetzt aber. Was, 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 was? Entspann dich, entspann dich. What the fuck? Und go. Zack. Dann gehe ich hier hoch. Dann nehme ich das Ding mit. Wollte das. Und dann habe ich es geschafft. Ja. Scheiße. Okay. Ich hoffe, das kriege ich nicht so oft. Weil sonst, ja, habe ich niemals mit 15 Leben zum Ende. Was ist das? Wo muss ich langen? Wo muss ich langen? Hä? Hä? Ach so. Oh, lol. Ich bin auf dem schwarzen Weg. Ich dachte, ich wäre auf dem, äh, lila-haften Weg. Nee. Ich bin auf dem schwarzen Weg. Hier, eckig, bin ich immer richtig, ne? Hier in der Ecke? Ja, genau. Aaaaaaah. Wie bitte? Kann mir jemand das Level erklären? Ich verstehe es nämlich nicht. Hä? Was? Wieso? Why? Bruder, warum killst du mich? Ohne Grund. Was soll der? Hör auf, hör auf, hör auf. Ja. Ja. Ich musste. Ich hatte keine Chance. Ich musste. Okay, manchmal schießen die random. Warum auch immer. Okay, das Level ist einfach nur kacke. Das ist einfach nur kacke. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich tot. Ja. Cool. Verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass ich diese Level nicht nochmal dran bekomme. Und jetzt habe ich es für's try. Oh, das ist neu. Oh, das ist so ein Planet mit einem Auge im Hintergrund. Oh, 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 oh. Das hat weh. Hä? Kann ich da jetzt stehen oder nicht? W-w-was, was, was, was? Hä? Was ist da unten? So ein Katzenplanet oder so war das. Okay, wie muss ich denn hier langen? Hä? Weiß? Okay, das ist sehr verwirrend. Hm? Muss ich den weißen voll? Ich verstehe das Level nicht. Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn machen? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt verfindet das alles. Hä? Weiß wir nach rechts? Und dann hier runter? Oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Oh Gott. Komm, Platz mehr, komm, Platz mehr. Ja, okay. Gut, den Anfang muss ich noch ein bisschen verstehen, aber den Rest habe ich. Das ist auch neu. Oh Gott. Alter, mich überwächst das. Scheiße. Da muss ich mich beeilen. Oh Gott, diese Würfel. Oh Gott. Die gehen ja aber nicht hier hoch, oder? Nee, okay, anscheinend nicht. Rusch, 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 rusch. Hab ich denn da runter? Da fing ja ständig irgendwelche Kissen auf einer Seite runter. Hab ich denn hier? Gar nicht. Ah, okay. So. Wo ist das Ziel? Links ist das Ziel. Okay. So schwer ist es gar nicht. Okay. Okay. Okay, das ist auch neu. Da kann ich nicht lang. Wusse ich jetzt nicht. Wie das sieht cool aus. Das Konzept. Was? So langsam war ich? Danke, Spiel. Ja, und wo ist hier der Safe? Okay, das bewegt sich, das bewegt sich, das bewegt sich. Okay. Ja, es gibt kein Checkpoint. Ich sehe es gerade. Wow. Okay, das hier wird mir nicht so schwer. So schwer ist es nicht einfach mittig bleiben ungefähr. So, Space Invaders. Man kann sich aber hier zwischendrin ausruhen. Und die muss man immer so durch. Wo schon einmal durch. Oh, das ist cool. Das sieht cool aus. Dann tschau. Okay, das gefällt mir actually. Das war cool. Hat mir gefallen. Ach nö, wieder ein Labyrinth oder was? Och nö, darauf habe ich echt keine Lust. Aber es muss sein. Ja, hier lang geht nichts. Ich muss hier unten warten. So, aber wahrscheinlich links immer lang. Weil das Ding geht nach rechts. Wo soll ich sonst lang? Okay, Ding. Und jetzt? Was habe ich damit erreicht? Was hat das erreicht? Was hat die Sache genug erreicht? Hier brauche ich mir beide. Ja, und wie komme ich an den anderen dran? Ja, cool. Ich war halt hier einfach. Ich chill hier kurz. Und das heißt jetzt was? Ach, das ändert immer den Weg. Oder wie? Hm? Hey! Ach man! Ach doch, da unten geht es zu. Da unten geht es zu. Man muss dann mittig durch. Okay, ich glaube ich muss das mal beide dann aufmachen. Das heißt erstmal den rechten. Dann geht es ganz auf. Und dann den linken. So. Und dann ganz schön durch. Ah, okay. Das ist einfacher als das andere Labyrinth, finde ich. Oh lol. Lol. Oh Gott, das... Oh nein, das erinnert mich wirklich an das Harness Game. Okay. Lass mal hier den Planeten aufbauen. Ding! Was habe ich jetzt erreicht habe? Cool. Schätze ich. Wow. So, die anderen Planeten aufbauen. So. Das nächste Planeten aufgebaut. Aua. Okay, die killen mich aber nicht instant. Wundert mich ein bisschen. Oh, das muss man auf Zeit machen. Deshalb killen die einen nicht, wenn man sich beeilen muss. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Scheiße. Let's go. Oh, ich hab's noch geschafft. Ah, die öffnen die vier Wege. Und man muss halt dann ganz schnell durch. Okay. Wow. Mario. Die vielleicht... Oh, sieht cool aus. Du, 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 du. Ja, komme ich jetzt hier durch? So komme ich hier durch. Wow! What the f... What the f... Habe ich einfach nur Pech? Und dann greift mich jetzt immer an. Dann muss ich mich ganz, ganz schnell beeilen. Oder muss ich vielleicht... Mit dem Ding, das deaktiv... Nee, dann muss ich mich ganz schnell beeilen, darüber zu rutschen zum Save. Komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Okay, keine Ahnung, wie mich das gekillt hat. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist das letzte, das vorletzte. Ach, da unten steht's. T9. Nee, Welt 9. Das heißt, das ist, äh... Das letzte Level, glaube ich. So ganz schnell hier ruhig. Oh, der Halt! Der hilft einem hier, der Wärter. Aber... Ich glaube, ich brauche seine Hilfe nicht. Okay, das ist Asi. Das ist einfach nur Asi. Das ist einfach nur gemein. Okay, ich hab's. Ah, der obere Teil ist sehr unfair. Ja, der kann sich ja nirgendwo verstecken. Okay, Boss! Jetzt können wir ihn sehen. Wahrscheinlich nicht schaffen. Aber sehen. Cool. Space Invaders überall. Ich hab wirklich das Gefühl, ich hätte erst mal dieses Level machen sollen, weil das wirkt ein bisschen einfacher. Achso, die Space Invaders ist natürlich krass. Nein, dann. Oh Gott, wetten. Das Level besteht nur noch aus diesen Space Invaders hier. Das sind Aliens. Stimmt. Was öffnet sich? Wow. Ja, ich hab wirklich das Gefühl, dass dieser Boss einfacher ist, als der, den wir letzte Folge gemacht haben. Wow. Wow. Invader Mutterschiff. Was? Ey, du hast ein Schlüssel. Gib mir mal einen scheiß Schlüssel, du Wichser. Pff. Yo. Alter. Hey, 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 hey. Bruder, Bruder. Das irgendwas. Ah, das killt mich. Instant. Cool. Ding. Oh, ich schieße automatisch. Das ist dann wirklich Space Invaders, irgendwie. Ah, ich muss die Seiten kaputt schießen. Das ist dann nämlich ein bisschen an, äh, Manhattan. Scheiße. Oh Gott, es wackelt alles zu viel. Ich meine, ist ja schön, wenn man zeigen will, du hast getroffen. Gut gemacht. Aber so viel Gewackele bei so vielen Lasern, die einen angreifen. Das ist jetzt wirklich das Allergeilste, werde ich zu sein. Okay, aber dieser Kampf gefällt mir mehr als der letzte. Ding. So, Zeit steht still für das Ding. Oder, ne, sei es einfach nur langsamer. Jetzt alles wieder normal. Ich werde sterben. Nein, ich werde nicht. Oh mein Gott, schaffe ich den First Try? Oh, das war knapp. Scheiße. Ich habe das Gefühl, wenn ich die vier Dinger da kaputt habe, dann war es das doch lange nicht. Scheiße. Selbst, weil es langsam war, habe ich dadurch nicht geschafft. Ja, fuck. Hä, wo bin ich? Hä, der hat sich weggehängt von meiner Maus. Mensch, Puss, warum machst du das? Es gibt keinen sicheren Ort als meine Maus. Und das weißt du. Scheiße. Wenn das das Ende direkt ist, dann wäre ich glücklich. Weil dann... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt dann nochmal so ein... Was. Oder? Ich traue dem Spiel gar nicht. Ich traue dem Spiel mittlerweile alles zu, nach der letzten Folge. Oh wow, oh wow. Oh wow, was passiert ja an der Seite? Was passiert ja an der Seite? Kill es. Kill es. Hau zu viel Leben. Scheiße. Alter, wie viel Leben hat der? Macht er was falsch? Nehm die Uhr, nehm die Uhr. Jetzt kill es, jetzt kill es, jetzt kill es, jetzt kill es. Komm schon. Komm schon. Juki, der lebt einfach immer noch. Und was mache ich falsch? Macht gar keinen Damage. Hä? Ja doch, ich mache Damage, aber nur mega wenig, oder? Ich brauche die Uhr. Die Uhr ist sehr, sehr wichtig. Ja doch, ich mache glaube ich Damage, aber super wenig. Bin mir nicht sicher, aber... Schieß einfach weiter drauf. Das ist eine gute Idee, weiter drauf zu schießen. Scheiße, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Ich glaube, ich mache was falsch. Ich muss doch wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Und die Space Invaders... Oh doch, die kann ich angreifen, oder? Doch, kann ich. Vielleicht muss ich erstmal die killen. Die oberen Space Invaders muss ich vielleicht erstmal killen. Oh Gott. Ich bin gerade so weit im Kampf. Ich habe ein Leben. Hab sie. Aber er hält sich. Ich bin voll verwirrt. Was passiert jetzt? Also ich mache Damage, glaube ich. Scheiße. Ich will reinnehmen, weil ich dachte, ich kill das Ding jetzt. Aber... Oh Gott, es wird wie zu dünn. Es wird wie zu dünn. Stirbst du mal? Also. Vielleicht produziert er wahrscheinlich neue Space Invaders. Das Ding ist gleich tot. Komm schon, geh kaputt. Was? Auf der Scheiße, geh kaputt. Yes. Aber es war es noch nicht, oder? Ich kann mich noch bewegen. Das war es noch nicht. Nein. Das war es natürlich noch nicht. Das war erst der Anfang. What the fuck? What the fuck? Was war das? Wow. Das ist neu. What the fuck ist das? Heißt Andy Falls? Ich bin welcher Gedanken. Badam, badam. Was soll ich hier machen? Steht durch? Okay, hat geklappt. Ich muss mal sterben. Okay. Achso. Ja gut, dann. Okay. Hier ist ich safe. Ganz schnell durch. Wow. Okay, ich hab's. Oh, das ist neu. Das ist so ein schnelles Ding. Oh, Kacke. Na, komm runter. Und jetzt? Oh, hier lang. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Das Ding schließt sich ganz schnell. Was? Aua. Was war das denn für eine Kacke? Okay. Zack. Miau, 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 miau. Ich bin nur eine Katze. Miau, miau, miau. Okay. Hier chillen. Hier möchte ich chillen. Okay. Okay. Hm, hm. Was? 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 Wieso? Was hab ich falsch gemacht? Ich bin doch nur eine Katze. Wieso hab ich das falsch? Was? Ach man. Und jetzt? Machst du mir vielleicht irgendwie auf oder so? Auf, auf. Auf, oder so. Auf, auf. Hey, was soll ich machen? Hab ich was falsch? Hab ich was verpasst? Oh, das warnt. Hä? Oh, lol. Hä? Die andere Seite da unten le... Da unten... Hä? Aber das war vorher anders. Wieso kann man dann überhaupt nach oben? Ist ja voll in die Verarsche, nach oben dann zu gehen. Wenn du einfach den dir machen kannst. Ja, voll die Verarsche. Hä? Aber ich hab doch... Ich meine da oben irgendwas gesehen zu haben vorher. Okay. Beim Boss. Angekommen. Der Boss hat drei Phasen. Einmal hier das hier. Den Anfang. So gesehen. Dann hat er die eine Phase, bei der ich so lange saß. Anscheinend muss man erst mal die kleinen Dinger töten. Und dann erst kann man ihm schaden. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe ihn noch nicht ganz. Also so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Die zweite Phase. Und da hat er auch die letzte Phase. Wo komplett durchdreht. Aber es war schon so klar, dass es nicht zu Ende sein wird. So, und da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Aber er verschluckt den. Das heißt, wir müssen ihn töten. Und da wollen wir ihn einholen, was uns geholfen hat. Zu schießen. Da ist es. Invader-Mutterschiff. Ja. Das sind ja alles Invader. Das ist mir schon klar. Das ist ja alles Space Invaders. Das sind so. Das ist kein Geheimnis. So, und jetzt ausweichen. Und gleich das, äh, Ur-Ding nehmen. Ich werde sterben. Ja, war klar. Okay, das schlaube ich, glaube ich, immer einmal. Komm schon, Sattelbüch. Okay, let's go. Auf die Dinger. Oder erst mal auf die, ich glaube, erst mal auf die Aliens, maybe. Actually. Ich glaube, dann kann mir doch gar nicht mehr schaden. Scheiße. Oh, fuck. Der macht so ein Laserstrahlen da, bitte. Scheiße. Slow-Mo ist hier sehr, sehr wichtig, glaube ich. Machen wir hier kaputt. Oh, es kommt noch mal so Dinger. Ah, scheiße. Ne, das ist sehr, sehr schwer, der Kampf. Der ist, glaube ich, noch schwerer als der andere. Fuck. Was? Wieso? Ja, maybe ist der Kampf noch schwerer? Der andere. Stirb, 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 stirb. Wieso sterben die nicht? Sterben die vielleicht? Doch, doch, die können sterben. Ich schieße erst mal die Dinger ab. Ja, doch, die sterben. Seht ihr? Und was will der dann machen? Wie will der dann mit? Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, was willst du jetzt machen? Ja, schön, dass du einen Mund hast. Oh, der kann ein neues bauen. Oh, der ist wohl noch eine neue. Oh. Wer war vorher? Okay, nee, ich verstehe den Kampf nicht. Ich dachte, ich hätte ihn verstanden, aber das tue ich nicht. Okay, maybe doch einfach nur... ...eine Dinge abschießen und kaputt machen. Pass mich nicht. Jetzt müssen wir schneller. So, ein Ding ist kaputt. Das, was ich vorher nicht verwirrt bekommen habe... Ja, ich muss durch. Was soll ich machen? Ich muss da doch durch. Wow, 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 wow. Übertreibt, übertreibt, übertreibt. Komplett. So. Okay, jetzt schießt er seine grünen Bälle. Scheiße. Oh Gott, du brauchst das sehr, sehr schwer. Ich glaube, da werde ich... Oh, da sind voran zu sitzen. Schwarz, aber... Egal, Scheiße. Hau, hör auf mit deinem Streit. Hau mit deinem fucking Laserstreit. Hä? Woran? Woran wurde ich jetzt getroffen? Woran bin ich jetzt gestorben? What the fuck? Ich sehe nichts. Danke, Spiel. Ich würde gerne was erkennen. Ja, man braucht Slow-Mode, sonst siehst du halt wirklich gar nichts. Okay. Was? Nein! War der irgendwie gerade nur verbuggt oder warum konnte ich ihn vorhin nicht killen? Das war gerade seltsam, aber jetzt ist doch alles normal wie vorher. Dann war das anscheinend gerade ein Bug. Lol. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kommt der richtige Kampf. Wie funktioniert der? Bam, 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 bam. Außenrum. Bam, 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 bam. Außenrum. Scheiße. Oh, god, what the fuck. Bam, 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 bam. Ich mache mir nur ein Damage. Scheiße. Ich glaube, ich mache es falsch, oder? Ich glaube, ich mache es falsch, oder? Naja, aber ich überlebe mittlerweile noch. Oh, fag, jetzt greife ich sogar gar nicht mehr. Okay, ein Hit. Zwei Hits. Zwei Hits. Zwei Hits. Zwei Hits. Oh, drei Hits. Das wird immer enger. Scheiße. Ein Hit. Bam, bam, bam. Komm, kommschon, kommschon. Oh, ich bin gerade so ausgeregt. Fehlt's. Yes, ich habe ihn. Das ist der Moment. Nutze den Augenblick, kleine Kürze. Wir haben einen Eindorhund gerettet. Wie sieht dieses Artwork aus? Wow, und tatsächlich saß ich nur die Hälfte an Zeit dran, die ich normalerweise an der letzten Folge saß. Yay. Was war das? Second try? Third try? Oh, das ist das Eindorhund sieht süß aus auf dem Oberbord. Die Zeug liegt in deinen Pfoten, kleines Kätzchen. Okay, bin mal spannend, was sie mir für eine Fähigkeit gibt. In der nächsten Folge machen wir dann die anderen Level. Haben bestimmt noch Katzen freigeschaltet. Wenn ja, dann zeige ich sie jetzt. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Zahl hat sich, glaube ich, oder hat sich verändert. Hier sind ein paar neue. Moment. Hier ist ein Einhorn. Hier ist das. Hier ist das. Kommt, die drei Saale sind neu. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Like freuen. Das war nämlich sehr anstrengend für mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von PULS. Bis dann. Eip. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.